Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Also ganz ehrlich, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich sollte meinen Gag-Schreiber feuern, wobei mir dann meistens einfällt, ich bin mein Gag-Schreiber und ganz ehrlich, meine eigene Arbeit sabotieren. Wer bin ich, Elon Musk? Ja, ganz im Ernst, nach diesem geistigen Absturz von einem Intro kommen wir jetzt vielleicht zu einem anderen Höhenflug und hoffentlich nicht zu noch mehr Wortspielen. Aber ganz im Ernst, so grauenhaft wie das jetzt war, was ich euch die letzte Minute angetan habe, so genial ist das, was euch das südkoreanische Kino im Jahr 2021 satte 140 Minuten lang angetan hat. Emergency Declaration ist nämlich ein großartiger Film und einer, wo viele Leute gerechtfertigterweise der Meinung sind, dass dieser Film eigentlich zum Oscarrennen geschickt hätte werden sollen und nicht Escape from Mogadishu. Etwas, das ich tatsächlich wirklich unterstreichen würde. Was ich nämlich ganz besonders spannend finde, ist, dass dieser Film mehr oder weniger die komplette aktuelle Pandemiesituation auf ein einzelnes Flugzeug beschränkt, wobei Autor und Regisseur Han Ye Rim angeblich bereits vor Ausbruch der Pandemie an der Story und an dem Konzept gearbeitet hat, wobei nicht wirklich direkt überliefert war, inwiefern sich das finale Produkt dann von seiner ursprünglichen Idee unterscheidet. Denn grundsätzlich Terroristen auf Flugzeugen oder Terroristen, die biologische Kampfstoffe freisetzen wollen, das gab es bereits zuhauf. Aber dieser Film ist mehr oder weniger derartig maßgeschneidert auf die Situation der aktuellen Pandemie, dass man einfach nur sagen muss, diese Idee kam ihm damals offensichtlich so wahrscheinlich um den Bruch 2019-20 herum wie gerufen, fast schon mit einer gruseligen hellseherischen Fähigkeit. Aber natürlich wurde das Ganze dann ganz offensichtlich im Rahmen der Pandemie umgeschrieben. Der Film wurde ja eh erst im Jahr 2021 dann letzten Endes gedreht. Aber was ich nämlich ganz besonders spannend finde und wo eben genau diese ganze Pandemie-Geschichte dann hineinspielt, ist die Tatsache, nicht was grundsätzlich passiert, weil wie gesagt, es wird ein Virus freigesetzt. Das haben wir jetzt nicht das erste Mal gesehen, sondern das ist der Umgang der Charaktere mit dieser Situation. Wie schnell sich verschiedene Lager bilden, wie schnell bzw. wie nicht schnell und nicht effektiv dann die Politik arbeitet, wie hier etwaige Hürden bei der Polizei und Aufklärungsarbeit sind, wie Skepsis gegenüber Impfstoffen bzw. anderen zum Beispiel Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen Ländern entstehen können. Das ist unglaublich packend, fesselnd und faszinierend. Vor allem eben, weil mehr oder weniger zwei Jahre Pandemie-Geschichte in diesem Film auf 140 Minuten zusammen komprimiert werden, aber ohne dabei irgendeine Pandemie-Botschaft vermitteln zu wollen oder irgendwie quasi richtig und falsch darlegen zu wollen, sondern einfach nur Charaktere in eine gewisse Situation zu bringen. Und das zeigt sich auch eben dadurch, wie das Casting für diesen Film ausgeschaut hat. Denn es gab mehr oder weniger fünf verschiedene Runden des Castings, wo der Regisseur die Darsteller einfach dabei beobachtet hat, ihrem Charakter Leben einzuhauchen und wie fern sie dabei den Tontreffen, den er bei diesem Charakter vorgesehen hat. Außerdem hat er immer wieder mit Piloten, mit Mitarbeitern von Fluglinien, mit Terrorismuspolizisten, mit der Air Force und so weiter zusammengearbeitet, um das Ganze eben so realistisch wie möglich darzustellen. Etwas, das man dann tatsächlich auch beim Dreh des Films tatsächlich umgesetzt hat. Denn es gibt beispielsweise einige Szenen, wo sich das Flugzeug um die eigene Achse dreht. Und da wurde tatsächlich ein rotierendes Set gebaut, weswegen eben dann sich die Haare der Darsteller physikalisch korrekt verhalten. Dinge durch die Gegend fliegen. Der Einzige, der mehr oder weniger am Boden festgeschraubt war, war der Kameramann, dass der das Ganze entsprechend einfangen konnte. Und das finde ich absolut großartig. Das sieht man dann eben auch im Bonusmaterial, beispielsweise in dem Feature um den 360 Grad Shot, was hier für bemerkenswerte Arbeit geleistet wurde. Aber, was ich bei dem Film Emergency Declaration ganz besonders packend fand, ist eben die Tatsache, dass es sich wieder mal um einen klaustrophobischen Thriller handelt, der die meiste Zeit über in einem sehr beschränkten Areal spielt und da einfach die Ängste bis hin zu Urängste von den Charakteren und Darstellern wirklich zur Schau stellt. Und einen als Zuschauer packt. Ich hatte über gewisse Strecken wirklich das Gefühl, ich würde selbst in diesem Flugzeug sitzen, habe selbst irgendwie geschaut, ob sich da irgendwelche Busteln bilden und wirklich mitgefiebert, was mit diesen Charakteren passiert. Vor allem, weil man dann doch irgendwie auch aus eigener Erfahrung weiß, in gewisser Hinsicht ist die eine oder andere Situation womöglich eh schon aussichtslos, aber man fiebert, blöde Formulierung, in dem Fall halt dann trotzdem noch irgendwie mit. Emergency Declaration ist einer der spannendsten, interessantesten, aber auch aktuell politisch wichtigsten Filme, obwohl er das ursprünglich eigentlich gar nicht sein sollte und ganz offensichtlich auch eigentlich gar nicht sein will. Er ist es einfach aufgrund von seinem Thema und seiner Präsentation und das finde ich bemerkenswert. Vor allem, wenn wir uns eben den Autor und Regisseur Han-Jerim näher anschauen, er hat zwar in seiner Karriere bereits den ein oder anderen Film mit begleitet, bei uns sind davon allerdings relativ wenige gelandet. Am ehesten könnte man noch seinen Film Portrait of a Gangster, der Weg des Partner aus dem Jahr 2007 kennen, der hierzulande über Splendid-Film veröffentlicht wurde, beziehungsweise diejenigen, die so wie ich die Plain Archive-Filmreihe gesammelt haben, die haben auch seinen 2017 gedrehten Film The King in der Sammlung stehen. Aber was ich bei dem Film ganz besonders bemerkenswert finde, ist der großartige, hochkarätige Cast. In einer der Hauptrollen sehen wir beispielsweise Song Kang-Ho, der natürlich den meisten als Ki-Taik in Parasite in Erinnerung geblieben ist, der allerdings auch in Snowpiercer und in The Host mitgespielt hat, in Memories of Murder und der jetzt natürlich gerade eben seine aktuellen Erfolge mit dem Film Broker feiert. Ein absolut großartiger Schauspieler, der beispielsweise schon früher in Filmen wie Sympathy for Mr. Vengeance, JSA Joint Security Area oder Lady Vengeance zumindest in kleineren, kürzeren Rollen zu sehen ist. Aber was ich besonders genial fand, war das Wiedersehen mit Libium Hun, der natürlich den großartigen Killer bereits in dem Film I Saw the Devil gespielt hat, der aber ebenfalls in JSA und in A Bitter Sweet Life große Rollen gespielt hat, beziehungsweise der in dem Film The Good, The Bad, The Weird den The Bad gespielt hat, wobei Song Kang-Ho in diesem Film ebenfalls zu sehen war, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und da die Rolle des The Weird gespielt hat. Die beiden kennen sich offensichtlich. Außerdem hat Libium Hun beispielsweise auch in den Storm Shadow gespielt, in G.I. Joe Geheimauftrag Cobra, beziehungsweise dann auch die Abrechnung, war in Red 2 dabei als Polizist, oder T-1000 in Terminator Genisys, hat somit auch als Billy Rocks beispielsweise in Nikola Reichen 7 eine internationale Karriere hingelegt, die man natürlich in erster Linie seinem großartigen Schauspiel zu verdanken hat, das er ja, finde ich, bis heute noch immer in I Saw the Devil zur Perfektion gebracht hat. Außerdem sehen wir Jeon Do Yeon, die zum Beispiel in Das Hausmädchen mitgespielt hat, oder beispielsweise auch in dem Film Ashfall. Wir sehen Nam Gil Kim, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen, durch seine Rolle als Tae Joo in Memoir of a Murderer, eben auch auf der Seite von Song Kang-Ho. Außerdem sehen wir Kim Soo Jin, die zum Beispiel eben neben The King vom selben Regisseur auch als Mi Jin in dem 2014 gedrehten und von Nameless Media veröffentlichten Titel No Tears for the Dead, ebenfalls ein großartiger Film zu sehen war. Wir sehen Park He-Jo, der zum Beispiel eine größere Rolle in dem Film Believer gespielt hat, der hierzulande von Bush Media Group veröffentlicht wurde und den ich hier im Blu-ray-Check auch mitgespielt habe. Wir haben mit Michael Davis bzw. John D. Michaels zwei Darsteller, die als VIP, zumindest in zwei Folgen der Serie Squid Game, dabei waren und interessanterweise einen Chef-Kameramann namens Mo Gay Lee, der seine Karriere damals im Jahr 2003 begonnen hat als Kameramann von A Tale of Two Sisters, dann später die Kamera geführt hat bei Titeln wie Oh, The Good, The Bad, The Weird, I Saw the Devil, Pandemie, was für ein passender... No Tears for the Dead bzw. später dann auch noch Prison of War kenne ich zum Beispiel auch noch. Außerdem gibt es visuelle Effekte von Jung Seon Oh, der zum Beispiel auch die Effekte jetzt von Pirates, der Schatz des Königs oder Alienoid gemacht hat, der von Capelight ebenfalls in 4K als Mediabook erschienen ist. Ein interessantes, kompetentes Team vor und hinter der Kamera hat sich hier eben wirklich versammelt, um einen der spannendsten und interessanten Filme für das eigentlich noch relativ junge Jahr 2023 zu schaffen. Play on Pictures hat sich hierzulande die Rechte an diesem Film gesichert und veröffentlicht ihn sowohl auf DVD als auch in High Definition Blu-Ray als Standard Keepcase Edition beziehungsweise sogar als Blu-Ray plus 4K UHD Combo Pack in einem limitierten Steelbook. Alle drei Versionen erscheinen am 23. März 2023. Mein Rezensionsmuster von der limitierten Steelbook-Version hat mich bereits jetzt erreicht und deswegen freue ich mich darauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Play to das Blu-Ray, oder 4K-Check in dem Fall, über das limitierte 4K UHD Steelbook von Emergency Declaration zu sprechen. Und bevor wir uns mit dem eigentlichen Steelbook-Artwork beschäftigen können, müssen wir natürlich einen Blick auf die aufliegende beziehungsweise aufgeklebte C-Card werfen. Die ist wie bereits bei den letzten 4K UHD Media Books von Play on Pictures sowohl oben als auch unten am Frontcover angeklebt, bietet oben nur den Hinweis auf die 4K Limited Edition, beziehungsweise unten dann den Filmtitel, das FSK-Logo und den Hinweis auf das HDR- beziehungsweise Dolby Vision für den 4K-Transfer. Wir können dann einmal gleich einen Blick auf das Backcover werfen. Da gibt es natürlich ein paar Hinweise zu dem Film, zu den Darstellern, dass der Film Out of Competition auch auf dem Festival von Cannes gelaufen ist. Einige wirklich sehr schöne und sehr schön montierte Zusammenstellungen von Bildausschnitten aus dem Film. Es gibt die Inhaltsangabe, die technischen Details, Cast-and-Crew-Angaben, sowie natürlich last but not least auch die Details rund ums Bonus-Material. Und da bietet die Blu-Ray zwar einige nur relativ kurze Featurettes und Clips, so dauert das Making-of beispielsweise nur 6 Minuten, Interviews dauern 3 Minuten, das 360-Shot-Feature dauert 3 Minuten. Aber es bietet trotzdem einen ganz, ganz kurzen, teilweise auch etwas B-Roll-haften Look hinter die Kulissen, was eben gerade beispielsweise bei dieser 360-Grad-Aufnahme durchaus interessant ist, beziehungsweise vielleicht auch ein paar menschlichere Blicke auf die Leute, die hinter der Produktion von dem Film stecken, dann in dem Feature rund um die Cannes-Welt-Premiere. Da kann man durchaus reinschauen, auch wenn man nicht sonderlich viele Informationen gewinnen wird. Für Zeit ist ja auch nicht verloren. Wir können jetzt dann einmal diese C-Card vom Steelbook abnehmen und uns dadurch einen grundsätzlichen Blick auf das eigentliche Steelbook ermöglichen. Da bekommen wir auf dem Frontcover übrigens eine interessante Aufnahme, quasi eigentlich fast ein Szenenbild aus einem von dieser 360-Grad-Aufnahme, wo man eben sieht, wie sehr schön realistisch eben hier einige von den Charakteren, beziehungsweise Darstellern hier auf die Decke von dem Flugzeug fallen, beziehungsweise eben wie sich die Haare hier neigen und bewegen. Dabei, finde ich, ist dieses Motiv auch für das Steelbook ganz nett inszeniert worden. Wir sehen nämlich eben beispielsweise bei den Lichtern auf der Decke von dem Flugzeug hier, dass den metallischen Steelbook-Effekt ein bisschen durchscheinen, beziehungsweise auch auf der rechten unteren Seite bei dem Emergency Declaration Schriftzug ist eben dasselbe Bildelement zum Einsatz gekommen. Das ist, wie ich finde, ein sehr interessant und sehr gut aufgebautes Steelbook-Motiv, vor allem, weil es eben ein Steelbook ist, das nicht 1 zu 1 Standardware ist, so wie man es eben quasi von vielen, vielen anderen Steelbooks kennt. Trotzdem ist es ein grundsätzlich relativ dunkles Steelbook, das eben vor allem hier im linken oberen Bereich nicht unbedingt extrem stark durchzeichnet ist. Es ist übrigens interessanterweise auch ein Steelbook, das nicht ausschließlich im deutschsprachigen Raum erscheint. Es gibt eben beispielsweise auch in Italien eine Steelbook-Version mit dem gleichen Cover-Artwork. Wir können dann einmal einen Blick über den Spine auf das Backcover werfen. Das ist im ähnlichen Stil gehalten, ist allerdings, wenn wir das Steelbook jetzt einmal kurz aufmachen, zum direkten Vergleich, kein durchgehendes Motiv. Auch hier sehen wir quasi die Decke an der Stelle, wo sie eher eigentlich sein sollte, wo bei den paar Lampen ebenfalls dieser metallische Steelbook-Effekt durchkommt, beziehungsweise aber der Hauptteil des Bildes mit den Charakteren grundsätzlich relativ dunkel gehalten ist, beziehungsweise standardmäßig grundiert ist und eben auch keinen metallischen Steelbook-Effekt durchlässt, was aber eben weder bei den Flugzeug-Sitzen noch den Gesichtern der Menschen auch ansatzweise gepasst hätte. Dafür finde ich, ist das ein sehr schönes, sattes Bild, das aber eben gerade diese panischen Gesichtsausdrücke von den im Film vorkommenden Personen sehr schön darstellt. Jetzt können wir dann mal einen Blick ins Innere von diesem Steelbook werfen. Da sei an dieser Stelle gleich einmal gesagt, dass diese Disks mit einer FSK-Freigabe ab zwölf Jahren bedruckt sind. Das ist allerdings nicht korrekt. Der Film hat von der FSK eine Altersfreigabe ab 16 Jahren erhalten. Die ist eben auch korrektermaßen außen auf dem Steelbook angebracht. Das heißt, es kann sein, dass das nur bei einer geringen Auflage der Fall ist, beziehungsweise zumindest spätere Nachproduktionen werden dann, denke ich, mit der richtigen Altersfreigabe ausgestattet sein. Wir bekommen hier auf dem Disc-Cover von der 4K UHD eben beispielsweise den einen Blick auf Song Kang-Ho. Das ist übrigens dasselbe Bild, das eben zum Beispiel auch kleiner und unten auf dem Standard-Keepcase-Cover zu sehen ist, beziehungsweise im Menü von der Disc, beziehungsweise finde ich das sehr schön, wie das hier mit den anderen Elementen von diesem Film aufgehübscht ist. Und dann sehen wir ebenfalls noch das quasi abstürzende Flugzeug hier auf der rechten Seite auf der Blu-ray-Disc. Das ist ebenfalls ein Teil quasi mehr oder weniger von dem Standard-Edition-Keepcase-Cover, wobei das dort mehr oder weniger aus der Ankunft oder Abflughalle vom Flughafen heraus fotografiert wurde und hier ganz anders vor allem farblich dargestellt wurde. Apropos farblich. Was ich an der Stelle relativ cool finde, ist die Tatsache, dass Play & Pictures bei diesem Steelbook ebenfalls wieder auf ein Innendesign in Vollfarbe gesetzt hat und eben nicht auf diesen matten Schwarz-Weiß-Look, den sie in der Vergangenheit bei einigen anderen Steelbooks immer wieder verwendet haben. Das sieht in meinen Augen absolut großartig aus, vor allem weil man sich in der Design-Abteilung auch hier wirklich die Mühe gemacht hat, den Vordergrund und den Hintergrund schön voneinander zu trennen. Im Vordergrund sehen wir einige Charaktere aus dem Film, die hier eben im Vollfarbleook und auch relativ scharf zur Geltung kommen, wobei man, finde ich, hier schon auf diesem Bild etwas die grainige Natur von diesem Film erkennen kann. Dazu dann allerdings gleich etwas mehr. Dafür ist allerdings der Hintergrund mit dem metallischen Steelbook-Effekt ausgestattet, weswegen wir hier wirklich schön diesen dreidimensionalen Effekt haben. Im unteren Bereich ist das Bild über größere Flächen relativ dunkel ausgefallen, was allerdings ebenfalls durchaus zu der Natur von dem Film passt, weil auch hier eben einige Shots und Szenen nicht wahnsinnig durchzeichnet sind. Aber ich muss sagen, dass mir das Steelbook insgesamt eigentlich relativ gut gefällt. Aber das bringt mich gleich direkt zum nächsten Teil vom Blu-Ray-Check hier auf Blade Soccer Reviews time. Ob uns die Hülle äußerlich optisch gefällt, ist natürlich nur eine Kleinigkeit. Wie viel wichtiger ist insbesondere bei einer aktuellen 4K-UHD-Veröffentlichung natürlich die Antwort auf die Frage, ob der Film auch in Sachen Bildqualität überzeugen kann. Und das möchte ich mit euch wie gewohnt im nächsten Segment dieses Reviews durchgehen. Wie üblich habe ich hierfür einige Screenshots von der deutschen Blu-Ray-Veröffentlichung von Play & Pictures zur Untermalung direkt mitgebracht, möchte allerdings an der Stelle auf einige Dinge hinweisen. Erstens, ich kann aus technischen Gründen keine Screenshots von einer 4K-UHD machen. Deswegen stammen alle Screenshots, die ihr jetzt in der folgenden Slideshow seht, von der Blu-Ray und sind demnach auch nicht in 4K, sondern nur in 1080p. Außerdem habe ich diese Screenshots natürlich alles an selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet. Aber ich musste die Bilder natürlich trotzdem abspeichern ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen, weswegen die Bildqualität des Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1 zu 1 mit der tatsächlichen Blu-Ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Und Emergency Declaration ist definitiv kein Film, bei dem man leicht über dessen Bildqualität sprechen kann. Ich habe ja vorher bei der Betrachtung des Steelbooks bereits wiederholt auf die grainige Natur, beziehungsweise immer wieder dunkle und undurchzeichnete Natur des Bildes grundsätzlich Bezug genommen und dazu an der Stelle vielleicht einmal ein paar technische Details gedreht. Wurde der Film mit verschiedenen Kameras, nämlich auf der einen Seite einer Arri Alexa Mini beziehungsweise einer Arri Alexa SXT Plus, auf der jeweils Cook Anamorphic, ESF und Angenieux Optimo A2S Linsen aufgesetzt waren, die das Arri RAW-Negativ-Format mit 3,4K geliefert haben. Auf Basis von diesem Ausgangsmaterial wurde dann ein Digital Intermediate in 4K erstellt. Das heißt, grundsätzlich handelt es sich bei diesem 4K-UHD-Release von Play & Pictures um einen unter Anführungszeichen 4K-nativen Release. Denn das Digital Intermediate und damit die Postproduktion wurden in 4K durchgeführt. Das ist kein 2K-Upscale, aber das grundsätzliche Quellformat war halt doch nur 3,4K. Den Unterschied kann man aber getrost ignorieren, finde ich. Was man allerdings nicht ignorieren kann, das ist natürlich die Tatsache, dass Emergency Declaration ganz offensichtlich einen sehr eigenen visuellen Stil hat. Ich denke mir, euch ist bereits bei den Screenshots so einiges aufgefallen. Ich hatte beim Anschauen von dem Film immer wieder den Eindruck, der Film wäre mehr oder weniger durch eine Glasscheibe gefilmt geworden. Es ist irgendwie fast schon so, als hätte der Regisseur oder der Kameramann quasi das Pandemie-Szenario etwas zu ernst genommen und hätte den ganzen Film durch einen von diesen ABC-Schutzanzügen durchgefilmt. Das ist nur ein Scherz, aber ich denke, man merkt, was ich meine. Dass die Farben bei diesem Film eben grundsätzlich ziemlich zurückhaltend sind, ziemlich flach ausgefallen sind. Dass vor allem der Schwarzwert extrem flach ist, dass es eben kaum sattes Schwarz gibt, dass das Ganze eigentlich eher in einem hellen bis mittelgrauen Matsch untergeht und dass das Bild tatsächlich aber auch von seiner Bildschärfe her nicht unbedingt wahnsinnig überzeugen kann. Das ist ein Eindruck, der natürlich neben der Blu-Ray auch bei der 4K-UHD besteht. Wobei, wenn ich auf meinem Fernseher die beiden Medien miteinander vergleiche, dann ist trotzdem die 4K-UHD mit einigen bildtechnischen Vorteilen ausgestattet. Weil der Film natürlich mit seinen 140 Minuten Laufzeit relativ lang ist, kommt die Blu-Ray datentechnisch bereits ein bisschen an ihre Grenzen. Der Encoder hat dem Bild zwar 40,4 GB auf der Disc zur Verfügung gestellt, trotzdem ist zwischen dem relativ intensiven digitalen Film-Grain die Kompression relativ deutlich zu sehen, insbesondere natürlich in den dünkleren Szenen bzw. dünkleren Bildbereichen. Da arbeitet die UHD wesentlich sauberer, da hat der Film nämlich 83,2 GB zu seiner Verfügung. Dadurch wirkt das Bild hier ein kleines bisschen organischer. Ja, das wahrscheinlich künstlich hinzugefügte Film-Grain ist auch hier relativ deutlich zu sehen, aber es wirkt etwas klarer, es wirkt etwas strukturierter, es wirkt vor allem etwas grainiger und eben nicht so kompressionszerfressen matschig, wie es das teilweise bei der Blu-Ray tut, wobei das klang jetzt wesentlich heftiger, als es dann tatsächlich im Endeffekt ist. Trotzdem muss man sagen, dass die UHD auch in puncto Schärfe eine Schippe natürlich drauf setzt, dass das HDR in dem Fall ebenfalls dazu beiträgt, dass vor allem die Kontraste bei den Außenaufnahmen noch etwas besser zur Geltung kommen, insbesondere wenn wir das Flugzeug im Kontrast mit den Wolken sehen. Das wird auf der UHD deutlich besser abgegrenzt als noch auf der Standard Blu-Ray. Aber man muss hier an der Stelle trotzdem dazu sagen, dass Emergency Declaration trotzdem ein Film ist, der extrem stark von extremen visuellen Stilmitteln Gebrauch macht. Das Bild wirkt, und das werdet ihr auf den Screenshots auch selber sehen, teilweise eben künstlich grünlich, es wirkt flach, es wirkt matt, es wird zurückhaltend. Und das ist natürlich eben ein Grund, warum die Vorzüge der 4K UHD hier nicht ganz so deutlich zur Geltung kommen, wie sie das bei einigen helleren, farbenfroheren Titeln natürlich schon tun. Trotzdem finde ich es gut, dass Play & Pictures hier den Extraaufwand gegangen ist und eine 4K UHD veröffentlicht hat. Denn Technik-Fetischisten, so wie ich, bekommen, obwohl die Unterschiede hier etwas geringer sind, als wir das bei einigen anderen aktuellen Filmen gewohnt sind, trotzdem eine qualitativ deutlich bessere Performance als bei der Blu-Ray. Emergency Declaration ist definitiv ein Must-Watch im Jahr 2023. Vor allem Fans des koreanischen Kinos allgemein, gut, brauchen wahrscheinlich mich eh nicht, um Ihnen das zu sagen, aber Emergency Declaration ist ein Film, der trotz seiner Laufzeit von fast zweieinhalb Stunden nahezu durchgehend spannend wird. Lediglich im letzten Drittel kann man sagen, dass vielleicht die Spannungskurve teilweise ein bisschen abflaucht, aber die ganzen politischen, gesellschaftlichen und eben in diesem Flugzeug auch klassentechnischen Konflikte, die hier ausgetragen werden, die sind dermaßen großartig repräsentativ für das, was wir in einem größeren Spektrum in den letzten Jahren an unseren eigenen Leibern erleben mussten, beziehungsweise die Art, wie diese Details hier fokussiert und zusammengefasst werden, das ist teilweise wirklich atemberaubend. Wir haben einen großartigen Cast mit vielen bekannten Gesichtern, wir haben einige spektakuläre Action-Sequenzen, wir haben einen Film, der aus seinen geringen, quasi platztechnischen Möglichkeiten das Maximum an Klaustrophobie, an Spannung und an Drama herausholt und wir haben eine, wie ich finde, routinierte, tolle Inszenierung, auch wenn es mir persönlich durchaus auch recht gewesen wäre, wenn der Regisseur ein bisschen zurückgefahren wäre bei seinen massiven visuellen Stilmitteln, weil jetzt de facto schön anzusehen ist der Film Emergency Declaration nicht unbedingt. Dafür gibt es auf der deutschen Blu-Ray und 4K UHD von Play & Pictures noch ein bisschen an Bonusmaterial mit kurzen Etzes und Blicken hinter die Kulissen, was zwar nicht wahnsinnig gehaltvoll und ausführlich ist, aber trotzdem zumindest einen oberflächlichen Blick vor allem bei den spektakuläreren und interessanteren Sequenzen von dem Film ermöglicht. Für mich ist Emergency Declaration trotz der vereinzelt auftretenden Längen ein extrem spannender, extrem sehenswerter Film, wo ich es quasi auf der einen Seite faszinierend finde, dass der Autor und Regisseur mit der Arbeit an dem Film tatsächlich begonnen haben soll noch bevor die Pandemie überhaupt ausgebrochen ist und dass dieser Film nicht ins Oscar-Rennen 2022 geschickt wurde, sondern Escape from Mogadischu, wobei ich auch glaube, dass dieser Film wahrscheinlich auch gegen im Westen nichts Neues nicht gewonnen hätte, aber womöglich hätte Südkorea eine Nominierung einfahren können, wer weiß. Es ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film, es ist auf jeden Fall eine tolle Sache, dass der Film nicht nur als Standard-Edition auf DVD und Blu-Ray erscheint, sondern nicht nur eine 4K-UHD, sondern die auch noch im Steelbook präsentiert bekommen. Und das ist ein Release und ein Film, den ich im ersten Quartal 2023 euch allen definitiv empfehlen würde. Wisst! 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 Vielen Dank.